So, Twitch, was läuft? Wie geht's? Skrrr! Dankeschön, CerroDero5019 feiert das Oberteil. Afrika-Iran-Man, gib mir die Roots-Vibes, yo. Dankeschön, Bro. Eintracht vs. Barca, was sagst du? Echt? Wann spielen die? Champions League oder was? Denke ich mal, muss ja. Was denn sonst? Krass, Digga, Eintracht weit gekommen, ne? Soki fragt, ob ich auf der FIBO bin dieses Jahr. Aber ich wusste gar nicht, dass die FIBO wieder läuft. Läuft die FIBO wieder jetzt, ne? Ich hab keine Pläne gemacht, ich denke nicht. Eigentlich voll schade. So. FIBO ist mein Shit oder war immer mein Ding gewesen, ne? FIBO, Digga. Goddamn. FIBO war für mich wie Silvester. Ich schwöre. Für mich war immer so, FIBO, okay, neues Jahr. Scheiß auf Silvester im Winter. FIBO, schön, neues Jahr und dann immer verglichen. Okay, was hast du gemacht in dem letzten Jahr? Was hast du erreicht? Wie weit bist du gekommen? War immer geil. War immer sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Survive sagt, na du manifestierende... Manifestierende Generator. Ne, Bro, ich bin kein manifestierender Generator. Also, bist du manifestierender Generator oder was? Justine ist auch manifestierender Generator. Ich glaube, ich ziehe viele manifestierende Generatoren in mein Leben. Ich wurde ja dreimal verschoben. Ja, genau. Danach war ich raus, Digga. Quasi drei Jahre kein neues Jahr mehr gehabt. Scheiße. Äh, was hast du heute? Der Amirus97 fragt, ähm... Was hast du heute so gemacht, Digi? Ähm... Bro, ich bin heute Morgen aufgestanden, bin zu meiner Oma und zu meinem Opa gefahren und hab die dann zum Bahnhof gefahren. Die sind heute mit dem Zug zu meiner Tante gefahren. Und ich hab die beiden zum Bahnhof gefahren, zum Zug gebracht und so. Und war krass. War krass. Also, wo ich die abgeholt hab, war auf einmal richtig heftiger Sturm. Heute den ganzen Tag schon. Die Wetterwechsel des Grauens. Also, wir haben heute schon Sonne gehabt. Wir haben Hagel gehabt. Wir haben, äh, äh, Regen gehabt, Winde. Sturm war am Start. Genau, wo ich Oma und Opa abgeholt hab, war voll der Wind und voll der Sturm. Und die Arme mussten dann so durch den Wind in mein Auto strugglen. Dann hab ich die auf jeden Fall zum Bahnhof gebracht. Dann bin ich noch kurz trainieren gegangen. Erst war ich noch beim Optiker ganz kurz, wegen meiner Brille. Und dann bin ich noch trainieren gegangen. Dann hab ich geduscht. Äh, und jetzt sitz ich hier. Erst hab ich noch ein Video schnell fertig gemacht für den zweiten Kanal. Und, äh, jetzt sitz ich hier. Und streame quasi. Lebenslinie 4, 6 ist krass, Digi. Beschäftige dich damit. Dann wirst du auch merken, warum wir so viel strugglen, Bro. Und es wird auch der Grund sein, warum du mich feierst. Warum du mich verfolgst so. Genau das wird der Grund sein. Genau das hier, Bruder. Das wirst du dann merken, auch wenn du dich noch weiter reinliest in die Nummer. Scheiße. Ist krass. Also viele Sachen werden Sinn machen. Was geht, Brudi? Wie läuft Training? Fragt einer. Jo, geht so, ne? Geht so. Ich hab andere Prioritäten gerade. Meine Rückenschmerzen und so. Was ich nice finde, ist, dass ich auf jeden Fall gerade abnehme voll. Ich nehme voll ab. Weil ich ja auch tagsüber nichts esse. Und dann abends nur esse. Und ich esse nicht so viel. Ein, zwei Mahlzeiten auf süß. Und, ähm, 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 ich nehme ab und es tut mir gut. Ich merke richtig, wie mein Körper einfach sich viel wohler fühlt, wenn ich dünner bin, so. Ich muss abnehmen. Ich hab jetzt schon 3, 4, 5 Kilo abgenommen, glaube ich. Aber da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Und dann gehe ich irgendwann, wenn mein Rücken wieder, wenn mein Rücken wieder, äh, gehe ich dann auch wieder öfter ins Training und trainiere auch wieder ein bisschen mehr und so. Ich mache mir da aber selber keinen Druck. Scheiß drauf, Digga. Gesundheit geht vor, weißt du. Ich muss dieses Training-Ding, ich muss das bisschen so in meinem Kopf, muss ich bisschen, ich muss bisschen cool bleiben, weißt du. Ich muss einfach bisschen so cool bleiben. Weil bei mir Training ist so, ich gehe auf Max, auf Maximum. Und ich muss mich richtig krass bremsen, dass ich nicht im Training so ausraste, weißt du. Dass ich bewusst bleibe, schön immer auf meinen Rücken achte und so und dass ich jetzt da nix, weil ich will jetzt, ich bin jetzt 31 Jahre alt so. Ich hab mit fucking 31 Jahren Bandscheibenprobleme, das kann nicht sein, weißt du. Und ich hab jetzt aber die Chance und die Möglichkeit, dadurch, dass ich noch relativ jung bin, das wieder hinzubekommen, mich zu stabilisieren und dann vernünftig die nächsten Jahre weiterzumachen, sodass ich dann mit 40, 50 nicht so eine Scheiße habe. Weil ich sag, umso älter du wirst, umso schwieriger wird es so eine Schmerzen und so eine Sachen, die im Körper sind, wieder zu regulieren, weißt du. Weil du halt nicht mehr so krass im Saft stehst. Ich stehe noch im Saft drin, Mann. Und deswegen muss ich das jetzt auf die Kette kriegen, auf jeden Fall. Weixo. Marco Leone sagt, äh, hast du nicht letztes Jahr in Mexiko ein paar Mal gefastet während Ramadan? Ja, ja, mach ich seit letztem Jahr immer mal wieder so. Aber ich mach das, ich will da jetzt auch nicht mehr zu viel drüber reden. Ich hab da einen Talk drüber gemacht, jetzt auf dem zweiten Kanal. Könnt ihr euch reinziehen. Und ich mach da so meine eigene Variante, weißt du. Und ich mach so, wie ich fühle. Ja, Mann. Gibt mir als Mensch auf jeden Fall viel. Ich hab auch Respekt, so. Krassen Respekt auch an die Moslems, die auch nix trinken und so. So, das über einen ganzen Monat lang. Verzichten ist wichtig. Mir tut's gut zu verzichten. So. Nicht nur jetzt auf Essen oder Trinken oder so, sondern auch auf, keine Ahnung, so auf, auf, auf Reize. Weißt du, wie ich mein? So wie Alkohol, selbst befriedigen Frauen und so. Ja, Mann. Ich komm dich jetzt besuchen. Erdal B92, stell mich genau da an das Fenster. Ich küsse dein Herz, Bruder. Fenster, Eddin, Mann. Amiros 97 fragt, was für eine Musik pumpst du derzeit so und kommt bald wieder neue Musik? Bro, weißt du, was ich pumpe die ganze Zeit? Ich schwöre, ich schwöre seit Tagen, ich schwöre seit Tagen nur noch einen Artist, Bruder. Ich schwöre seit Tagen nur noch einen Artist, Bro. Nur noch einen. Und der macht mich einfach glücklich, Bruder. Ich hab einfach, also ich schwöre dir, irgendwann werde ich ihn auch treffen, irgendwann werde ich auch mit ihm talken und so. Und dann werde ich ihm das auch sagen. Und dann, so Bro, ich hab wirklich, also so fröhlich, wie ich war bei dem Hören von ihm, ne, war ich schon lange nicht mehr, so. Er hat wirklich so ausgelöst in mir, dass ich mal wieder so richtig vom tiefsten Herzen einfach glücklich war und rumgetanzt hab wie so ein, wie so ein, wie so ein kleines Kind. Weißt du, wie ich mein? Voll geil, Alter. Also was, da ist auch immer wieder faszinierend, so was Menschen mit ihrer Stimme und ihrer Musik so auslösen können. Ey, ich find das so krass, dass der Brä einfach Deutscher ist, ne. Dass der einfach Deutscher ist, Dicke, Alter. Das ist für mich dieser Vibe, den er mir gibt, das ist so, das hat, ey, das ist krass, Mann. Nicht viele Künstler, wirklich. Also ich, meiner Meinung nach, Xavier Naidoo und Gentleman sind die zwei heftigsten, allerheftigsten Musiker, die Deutschland jemals hervorgebracht hat, so. Meiner Meinung nach, so. Das ist so krass, was die für eine Energie und für einen Vibe haben, so, das spürst du auch über die Sprache hinaus, weißt du? So, kann keiner sagen, so. Kann keiner mir was erzählen, ich schwör dir. Ich find's einfach geil. Ja, Mann, ich muss auf jeden Fall auch mal nach Jamaica gehen und ich will auch gerne mal so versuchen, auch mal vielleicht auf Reggae-Beats was zu machen. Irgendwie so. Ich hab mal letztens, hab ich einen Reggae-Beat angeschmissen, so ein bisschen mal so geguckt, was geht und so. Und da hab ich gemerkt, Deutsch ist voll steif, halt. Für Reggae braucht man schon fast eine andere Sprache, ne, so. Deswegen, Alter, ich muss mal gucken. Aber, ey, ich, ich, äh, ich würd gern auch, ich würd gern auch noch mehr Songs machen, die Menschen halt diese Vibes geben, so. Diese schönen, diese guten Vibes, so. Dass Menschen, wenn die sich scheiße fühlen oder wenn's denen nicht gut geht oder so, sich die Sachen anhören und dann einfach happy sind, so. Das ist eigentlich voll schön, finde ich. Er hat sehr viele schöne Texte halt, wo es um schöne Sachen geht, weißt du? Er ist halt voll schwer in, 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 in German irgendwie, keine Ahnung, Alter. Ja, Deutsch klingt oft zu abgehackter, leider. Ja, gerade bei diesen Sachen, wie jetzt das, was ich auch, so Afro-Beats, Reggae, das, was ich eigentlich auch am meisten feiere, so. Und, ähm, diese ganzen Vibes-Geschichten, da ist mit Sprache echt schwer, so. Ist schwer. Das bricht es da manchmal so komisch auf, weißt du? Gibt's auch wenig Artists, die Vibes-Music machen, so. Love and Peace-Music machen, in Deutsch. Und das, weißt du? Und hier funktioniert das, mögen die Leute auch nicht. Die wollen lieber halt Hass. Scheiße. Und, äh, dirty shit, so, weißt du, wie ich mein? Nein, wo ich ja auch nicht jetzt abgeneigt bin. Ich muss halt, ich würde gerne auch, ähm, ich muss auf jeden Fall, was ich noch mehr lernen muss, ist auf jeden Fall schönes Songwriting, so. Immer wenn ich Beats höre und Musik mache, mein Brain, da ist so viel, da ist so viel Evil-Shit drin. Da ist so viel dirty Sachen auch drin, die dann raus wollen. Vielleicht muss ich die auch erstmal alle rauslassen. Und dann komme ich irgendwie auf den, auf den, äh, auf die positiven Vibes. Weißt du, was ich meine so? Die sind auch in mir, aber es ist voll schwer für mich, das in Musik zu packen. Beim Quatschen fällt mir das einfacher. Bro, drop einen neuen Song wieder. Sonne wurde total ignoriert, aber eigentlich ein Hit. Wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Gerardo, ich küsse dein Herz. Ich habe letztens eine Hook aufgenommen. Ich sag dir ehrlich, ich habe letztens eine Hook aufgenommen, die war so killer. Ich habe die Hook gehört und ich habe mir gedacht, Bruder, das ist ein Hit. Das ist wieder so heiß im Club-mäßig. Egal, Support hinher kann keine kleine, wird auf einmal, wird von alleine, wird von alleine funktionieren, so. Dann habe ich diesen Beat gehört halt so und dann habe ich die Hook da drauf geschrieben und im Nachhinein erst, dann bin ich bei YouTube, das war von YouTube ein Beat, bin ich bei YouTube rein und dann habe ich einfach gesehen, dass in Klammern hinten dran Sold steht. Dann habe ich diesen Producer nochmal angeschrieben per E-Mail und habe gesagt, Bruder, ist der verkauft oder was? Exklusiv oder kann man den trotzdem noch kaufen und so? Da hat er gesagt, nee, ist der Exklusiv verkauft. Ich habe fast geweint, Digga. Ich habe schon lange nicht mehr so ein geiles Gefühl gehabt, wo ich einen Hook gemacht habe, wie bei dem. Schwere ich dir. Schon lange nicht mehr so einen Vibe gehabt. Voll, voll schade. Der Emil sagt, stört es dich, dass viele schreiben, sie haben Mitleid mit dir oder du tust denen leid? Nö, stört mich nicht, Bro. Juckt mich nicht. Ich bin's satt. Die Leute sollen reden, was die reden wollen. Die sollen Mitleid haben, wo die Mitleid haben wollen. Die sollen sich über mein Leben so viele Gedanken machen, wie sie wollen, Bro. Ich bin's leid, mir das zu Herzen zu nehmen oder darauf einzugehen oder überhaupt irgendwas dazu zu sagen. Ich scheiß da drauf. Ich lebe mein Leben. So. Und ihr solltet euers Leben. Wichtig. Du machst dein eigenes Ding stabil. Ich mache halt voll mein eigenes Ding. Und das ist auch nicht einfach. Aber es macht Spaß. Und ich muss mehr auf mich einfach hören. Mich nicht beeinflussen lassen von was andere Leute machen, was andere Leute sagen oder was andere Leute denken. Ich bin schon immer anders. Und ich habe schon immer irgendwie andere Sachen, auf die ich Wert lege. Ich war immer anders irgendwie als die anderen. Weißt du, um mich herum, egal in welcher Szene ich war, egal so Schule, egal auf der Arbeit. Ich war immer anders, weißt du. Und dieses Anderssein, habe ich gedacht, muss ich irgendwann mal mit der Öffentlichkeit teilen. Und ich habe mich dann irgendwann darin verloren, dass ich allen gefallen wollte und jedem alles recht machen will und so, weißt du. Und jetzt gerade komme ich wieder dahin zurück. Ich muss einfach anders bleiben und drauf scheißen, was andere Leute sagen, weißt du. Scheiß drauf, Digga. Ich werde für immer anders bleiben. Die, die es feiern, sollen es feiern. Die, die es nicht feiern, sollen es nicht feiern, weißt du. Ist auch cool. Ist auch nicht schlimm. Solange ihr mich, solange ihr respektvoll und nett seid und so, weißt du, kann auch jeder mich nicht feiern. Ist auch alles cool, weißt du. Ich finde nur halt, wenn es dann respektlos wird, wenn es dann so ekelhaft wird, wenn es nicht mehr menschlich ist, dann finde ich halt so, warum. Warum? Ich wollte nie Stress, weißt du, ich wollte nie Beefs, ich wollte nie mit irgendjemandem in der Öffentlichkeit Videos hin und her machen oder so ein Scheiß so. Ich habe das nie gefordert, ich habe das nie, ich habe das nie angefangen auch und so, weißt du, ich finde das nicht schön. Das tut mir auch nicht gut, das sage ich auch ehrlich, weißt du so. Das ist, ich bin einfach nicht der Mensch dafür. Es gibt Menschen, die machen das gerne, die fühlen sich dabei gut. Denen gibt es auch irgendwas, aber mir gibt es halt nichts. Ich bin ein Idiot, dass ich mich teilweise drauf eingelassen habe und dazu was gesagt habe und dann auch mich auf das Niveau halt, egal ob hoch oder runter, auf das gleiche Niveau dann auch hingegeben habe und dann auch so reagiert habe und was gesagt habe. Aber ich bin von Haus aus, ich bin nicht so. Ich bin nicht so, ich habe da gar keinen Bock drauf. Mir gibt es negative Vibes, selbst wenn ich im Recht bin. Einer beleidigt mich, ich beleidige ihn zurück. Ich habe negative Vibes, weil ich ihn zurückbeleidigt habe, auch wenn er mich zuerst beleidigt hat, weißt du so. Deswegen, ich bin so ganz anders, ich bin komisch vielleicht, weißt du. So, ich habe so ein Bauchgefühl, die Mada hat gesagt, ich habe so ein Bauchgefühl, dass der Bray in ein, zwei Wochen wieder in Mexiko ist. Freue mich schon auf den Content, der dann kommt, mit Sunny und positive Vibes. Worauf wartest du, bevor es nach Mexiko geht? Ich brauche, ich brauche, ich muss noch ein paar Physiotherapie-Termine machen wegen meinem Rücken. Ich habe jetzt schon geile Übungen bekommen, letztes Mal habe ich drei Übungen bekommen, die ich jetzt jeden Tag gemacht habe. Ich will noch zwei, dreimal zur Physiotherapie, dass ich da so viele Übungen wie möglich mitnehme, dass ich die halt auch täglich und so machen kann. Und dann hindert mich eigentlich nicht mehr viel. Ich habe jetzt auch einen Steuerberater wieder. Endlich, endlich. Und das waren zwei Hauptdinge. Familie war das Hauptding. Und danach Steuern und Rücken. Und das läuft gut. Rücken ist in Arbeit, Steuern sind in Arbeit. Deswegen alles nice, Digga. Also bald kann es wieder losgehen. Bist du noch in Deutschland angemeldet? Ja. Yes, Sir. I'm German, man. So, ich würde sagen, wir können uns jetzt auch mal das ein oder andere Video reinziehen. Ich würde sagen, wir können uns jetzt auch mal das ein oder andere Video reinziehen.